Scheiße, ich habe gerade den Ball da reingeworfen. Ja, komm. Gucken, wie er reagiert. Das ist schließlich sein Ball. Komm. Hihi. Hihi. Ja, hoffentlich kommt er raus. So, natürlich war da kein Strom drauf, wenn die Leute jetzt gleich wieder hier ausflippen. Ich wollte nur mal sehen, ob der Jeff es wirklich riskiert, trotz seines Wissens, dass dort normalerweise Strom drauf ist, den Ball zu retten. Und anscheinend ist es der Ball schon wert, ne? Sonst hätte er ihn jetzt nicht mehr. Ja, Mann, Mann, Mann.